Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Beruhigen Sie sich und denken Sie klar. In letzter Zeit sind Sie vielleicht leichtsinnig mit Ihren Handlungen geworden. Jetzt ist es an der Zeit, innezuhalten und Ihre wilden Ideen zu sortieren. Verlangsamen Sie sich. Sortieren Sie mit klarem Kopf die schlechten Ideen von den Guten aus. Versuchen Sie nicht, sie alle auf einmal zu verfolgen. Gesundheit Denken Sie daran. Da draußen tanzen große Planeten und Sie sind nur ein Staubkorn im Himmel. Lassen Sie einige Ihrer größeren Sorgen beiseite und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie heute tun können, um Ihre Gesundheit zu verbessern, viel Wasser trinken, tägliche Bewegung, Ruhe. Ihr persönliches Wohlbefinden hat hier Priorität. Geben Sie dem Wandel nach und die Anpassungen werden Ihnen viel leichter fallen. Stellen Sie sich dem Wandel in den Weg und Sie werden Schmerz und Enttäuschung spüren. Die himmlische Energie deutet darauf hin, dass Sie ihm einfach nur sagen müssen, was Sie empfinden. Aber anstatt sich in leidenschaftliche Übertreibungen über all seine wunderbaren Eigenschaften zu ergehen, sollten Sie es einfach halten. Sprechen Sie Ihre Gefühle nur leicht an. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Lernen Sie jeden Tag etwas auswendig. Das hält nicht nur Ihr Gehirn scharf und Ihr Gedächtnis funktionstüchtig, sondern Sie werden auch über eine riesige Bibliothek von Zitaten verfügen, die Sie jederzeit hervorholen können. Poesie, Sprüche und Philosophien sind die besten Optionen für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis bald.